Wildpark Weekly ist endlich zurück aus der Sommerpause, wobei als Pause kann man das, was beim KSC im Sommer los war, jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Das sieht man auch daran, dass ich hier im brandneuen, fertigen BB-Bank Wildpark sitze. Die erste Folge Wildpark Weekly im neuen Stadion, die gibt es jetzt bei KSC 360.